Mazda liftet seinen Sechser. Die Mittelklasse-Limousine kommt mit dem neuen sportlichen Mazda-Familien-Gesicht und dem Flügelmotiv an der Front sowie Chromverzierungen an den Leuchten daher. Drei überarbeitete Dieselmotoren mit mehr Leistung und geringerem Verbrauch sowie die Benziner des aktuellen Modells stehen zur Wahl. Mehr Komfort und eine umfangreiche Serienausstattung sollen den neuen Mazda attraktiver machen.